Wir alle haben noch nicht wirklich verstanden, was es bedeutet, Kinder Gottes zu sein. Gott hat viel, viel mehr für uns, als wir uns überhaupt vorstellen können. Weißt du, in dem Moment, wo du Christ wurdest, wurde dein Geist neu geboren. Eine völlig neue Kreatur. Etwas, was vorher nicht da war. Dein alter Mensch, dein alter Geist ist gestorben und etwas Neues ist entstanden. Jetzt sagt die Bibel, dass wir ein Geist sind mit Gott. Sein Heiliger Geist lebt in uns, ist in uns, hat in uns Wohnung bezogen. Weißt du, was das bedeutet? Gott lebt in dir. Gott lebt in dir. Wenn du Jesus als Herrn und Retter angenommen hast, lebt der Allmächtige Gott in dir. Er hat sich entschlossen, in dir Wohnung zu nehmen. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und die Bibel fordert uns auf, lebt dementsprechend. Lebt dementsprechend. Es ist eine Fülle von herrlichen Aussagen der Bibel über das, was unsere Identität in Christus ist. Was es bedeutet, eine neue Kreatur zu sein. Etwas vollkommen Neues, eine neue Spezies. Etwas, was vorher noch nicht da war. Vollkommen neu. Natürlich, deine Seele und vor allem dein Körper, die sind in einem Erneuerungsprozess. Die sind noch nicht neu geboren. Das muss noch hervorkommen. Aber dein Geist ist bereits eine völlig neue Kreatur. Und im Geistlichen bist du bereits gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Jesus lebt in dir. Es heißt, die Hoffnung der Herrlichkeit, Christus in uns. Er hat in uns Wohnung genommen durch seinen Geist. Wir sind in eine Position erhoben, wo Gott in uns ist. Wir sind die Wohnstadt Gottes hier auf dieser Erde. Er ist das Haupt. Wir sind die Glieder. Wir sind eins mit ihm. Vollkommen eins. Und er will durch uns wirken. Er will durch unsere Augen schauen. Er will durch unseren Mund sprechen. Er will durch unsere Hände wirken. Er will durch uns sich verherrlichen. Das gilt für dich. Und das gilt nicht nur im theologischen Sinne, dass du das irgendwie für richtig hältst, sondern das gilt etwas, was jeden Tag in deinem Leben Realität werden soll. Dass du Botschafter bist an Christi Stadt. Dass du eingesetzt bist in ihm, in der Himmelswelt. Dass du regierst. Dass du König und Priester bist, Prophet. Dass er sich durch dich verherrlichen will. Dass Ströme lebendigen Wassers aus dir herausfließen zum Segen für andere Menschen. Das ist der Geist, der in dir ist. Du bist ein Geist mit Gott. Gott lebt in dir. Das ist wunderbar. Das ist herrlich. Wir müssen ein Verständnis dafür bekommen. Wir müssen im Neuen Testament forschen, was das bedeutet. Was unsere wahre Identität ist als Kinder Gottes. Lass uns nicht leben wie alle Welt um uns herum. Die Bibel fordert uns auf, unseren Sinn zu erneuern. Uns nach dem auszustrecken, was droben ist und nicht nach dem, was auf der Erde ist. In dieser Welt, in diesem Land, in dem wir hier leben. Wir sollen uns ausstrecken nach Gott. Und wir sollen ein Segen sein, ein Tempel, durch den er Segen freisetzt. Wir sind der Tempel Gottes hier in unserem Leben. Und er will durch dich wirken. Ich lade dich ein, dich damit zu beschäftigen, weiterzugehen, darüber zu beten, um Erkenntnis zu bitten, damit du verstehst, was die Fülle dessen ist, was Gott für dich hat. Paulus schreibt im Epheserbrief von der Fülle, von dem vollen Maß des Mannes Christi, in das wir kommen sollen. Und das ist genau das, dass wir in diesem Bewusstsein und in dieser Autorität als Könige und Priester vorangehen und zum Segen für die Menschen um uns herum sind. Ich weiß, Gott hat viel, viel mehr für dich. Mach dich auf und nimm es in Empfang. Ich weiß, Gott. 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 Ich weiß, Gott.